Und weiter geht's mit der nächsten Folge von The Fischer Online. Heute geht es auf nur einen Fisch und welcher das ist und wo wir den angeln, zeige ich dir jetzt. Also los geht's. Ich befinde mich hier am 12er Gewässer. Ich habe hier die halbe Nacht auch schon durchgeangelt und ich habe die Ruten ausgerüstet mit einem Einserhaken und einer Ollenmade, beziehungsweise hier mit dem Teigköder. Und das hier ist der Fisch, den wir wollen. Und so sieht er aus. Golden Crucian, die Karausche, die ziehen wir hier raus. Die Karauschen fängt man hier super gut und die Karausche bringt auch richtig gut Silber. Giebel und Karausche. Das heißt, wenn du irgendwo einen Spot findest, wo du häufiger Giebel und Karauschen, Giebel oder Karauschen findest, seltener sind die zusammen an den ersten Gewässern, dann Gas geben. Gas geben, die Ruten so präparieren, dass du diesen fantastischen Fisch fängst. Und ich fange hier fast ausschließlich die blauen sogar. Ich habe jetzt hier eine Rute, da habe ich mal ausprobiert, einen Zweierhaken zu nehmen. Aber ansonsten beißen die halt fantastisch auf Einserhaken und Made. Und so sieht gerade mein Kescher aus. Also schon ordentlich gefüllt mit Karauschen. Ich habe gerade eingeloggt hier und habe mir gedacht, ach komm, nimmst du nochmal ein Video auf, guck mal was geht. Und es war Nacht. Dann habe ich gedacht, ja geil, in der Nacht, da läuft wieder gar nichts. Doch, die Karausche, auch die Karausche läuft gut in der Nacht. Und gerade wenn man noch ein kleineres Setup hat, läuft das sogar richtig gut. Ich habe jetzt hier 33 Fische und habe hier jetzt insgesamt, ja ich habe gerade die Daily Quest noch angenommen. Ich habe jetzt schon 37,8 Kilo verschiedenster Fische, wobei halt, ich sage mal 98% waren es jetzt die Karauschen. Ich habe eine Quest habe ich schon abgeschlossen mit Rant, die fängt man auch. Also die werden auch gleich wieder wahrscheinlich tagsüber anfangen. Ja, das war gerade die Daily abkassiert, jawohl. Und auch dieser Rantfish, richtig gut. Den fängt man eben auch nebenbei auf Einserhaken und auf Made. Bei der Entfernung muss man schon mal ein bisschen ranzoomen. Und nicht, dass ihr denkt, oh mein Gott, auf Pose oder hier auf der Matchroute. Nee, geht auch auf Grund, geht auch auf Grund. Ich wollte es bloß ausprobieren. Speziell auch mit der Futtermische, die kann man eben bei den Matchrouten noch mit einstellen. Zack, hier ist mal eine kleine, die schmeiße ich aber wieder rein. Die versaut mir in mein Kescher. Ich wollte die Futtermische mal ausprobieren, denn diese Futterbällchen sind Karauschenfutterbällchen. Futterbällchen. Und diese Futtermische, die, ich weiß nicht, ob die jetzt mega gut nur geht, aber ja, wie wir sehen, tagsüber beißt auch noch was anderes. Ähm, sie geht nicht nur, also sie, äh, selektiert nicht nur die Fische, also dass man jetzt gar nichts anderes mehr fängt. Aber ich glaube, man fängt einfach noch ein bisschen was anderes. Lass ich auch gehen. Versaut mir gerade, versaut mir gerade mein Kescher. Der kleine Barsch. Ähm, wie gesagt, auf Grund funktioniert das auch richtig gut. Gucken wir nochmal gerade in die Quests hier rein. Ramped. Als Supply Fish, da warte ich jetzt gerade nochmal ein bisschen ab. Experience, muss ich auch noch gleich einen Hechtauftrag machen. Zwischendurch mal ein bisschen ranzoomen. Also beim Posenangeln immer darauf achten, also entweder liegt die Pose richtig flach auf dem Wasser, dann zuschlagen. Oder sie ist regelrecht verschwunden, und zwar für etwas länger als nur. Mal kurz untergetaucht. Dann einfach anschlagen. Und wenn ihr auf Grund unterwegs seid, dann ist es nochmal einfacher. Oh, da habe ich mich vertan. Das ist die Rute hier. Dieses fiese Posenangeln. Also auf Grund ist es eigentlich noch einfacher. Vielleicht baue ich auch gleich einfach mal um. Und dann ziehen wir auf Grund noch ein bisschen hier raus. Aber bisher sieht das echt gut aus. Und, ähm, kohlemäßig lohnt es sich auch richtig. Ich nehme nochmal, ich ziehe nochmal eben ein paar Fische raus. Ja, ein paar G noch. Und dann ist der Cacher eh schon voll. Einfach von der Gewichtszahl. Und dann ziehen wir mal Resümee. In-Game-Zeit waren das. Guck mal, der geht gleich runter. In-Game-Zeit waren das. Ja, vier, vier, gleich fünf Stunden in-game. Für einen vollen Cacher. Ich weiß nicht, ob das vielleicht, ob das vielleicht, ähm, auf den Grundrouten besser funktioniert oder schneller. Ja, vielleicht hat man dann viel, weniger Fehlbisse. Ähm, es ist ja, und es zuppelt vielleicht auch nicht so lange. Also vielleicht sind da, ja, schon wieder verhauen. Vielleicht sind da die Anschläge einfach, ähm, einfach sicherer. Das könnte natürlich helfen. Weil jetzt habe ich auf Route 2 und 3 hier gerade, jetzt habe ich gerade die Fische verscheucht. Und ich fange halt jetzt nichts, ne. Das ist dann halt schon ärgerlich. Genau. So, ich habe nochmal eben die Routen gewechselt. Habe jetzt hier einfach nochmal auf Grund alles eingestellt. Habe jetzt hier die Kombination, auch noch meine 12er Routen, die behalte ich ja bis Level 18, ähm, mit einem Einserhaken, Small. Und hier einmal mit dem Teig. Werfen wir mal hier vorne aus. Einmal eine gute Position finden. Und danach mit der Taste T einfach wieder nachlegen. Immer an die gleiche Stelle. Dann habe ich hier die Kombination Einserhaken mit Made. Da vorne bimmelt es auch schon direkt. Übrigens, äh, keine, keine, äh, Wildkarpfen dran gehabt. Wenn man mit Maiskorn angelt, hat man zwischendurch mal einen Wildkarpfen. Und hier habe ich jetzt einfach mal einen Zweierhaken genommen. Auch mit der Made. In der Hoffnung, dass da auch eher was Kleines anbeißt. Und es eskaliert schon direkt. Ich hoffe, so soll das sein, so soll das sein. Ich schlage den mal eben an. Anschlagen geht. Wenn man angeschlagen hat, bleiben die Fische relativ lang drin. Wobei, die bimmeln auch schon ziemlich lang. Die bimmeln schon ziemlich lange rum. Aber beim Bimmeln können sie dann doch irgendwann ausschlitzen. Kleiner. Schmeißen wir wieder rein. Wollen wir nicht. Gucken wir mal. Also beim, beim Posenangeln waren es jetzt, wie gesagt, fast ausschließlich die blauen. Das war schon echt beeindruckend. Vielleicht liegt es doch an der Futtermische. Wobei ich ja auch hier schon geangelt habe. Ja, und jetzt kommt nochmal so ein Ramp. Ärgere ich mich nicht drüber. Die brauche ich für die Quests. Large Ramp habe ich hier drin. Zack. Und die beißen auch in der Nacht gar nicht. War auch ganz, ganz erstaunlich. Und der Zweierhaken braucht sowieso immer ein bisschen länger. Auch bei den anderen Fischen auf dem Zweierhaken dauert es immer ein bisschen länger. Und da geht es weiter. Also ich finde die Marder halt praktisch, weil man diese Ramp-Fische halt machen kann. Und es gibt halt so viele Quests dafür. Deswegen lasse ich die Marder auch mit dran. Sonst kann man bestimmt auch auf verschiedenen Teigsorten einfach mal rumtesten. Da ist er direkt nochmal. Aber den will ich auch. Der übrigens, auch wenn er blau ist, lohnt sich überhaupt nicht zu verkaufen. Also den tatsächlich entweder zu anderen Ködern verarbeiten. Oder halt einfach nur für die Quest nehmen. Zack, ab rein in die Quest. Egal ob blau oder grün. Weg. Will man nicht. Ich lasse das jetzt einfach mal hier noch ein bisschen stehen. Das läuft schon. Gucken wir nochmal eben kurz rein. Wie viele Fische es jetzt gerade sind. Beziehungsweise was die Fische an Kohle bringen. Ja. Und das sieht auch gar nicht so schlecht aus. Um die 5 Silber für ein so ein Fisch. Heißt, 175 Silber. Relativ entspannt gerade verdient. 4 Silber 70 bis 6 Silber 17. Das ist schon ziemlich geil. Das ist schon ziemlich geil. Da hinten bimmelt es schon wieder. Richtig geil. Richtig, richtig geil. Ich verkaufe die jetzt. Kratsching. Geil. 5000 Silber jetzt schon drin. Das heißt, die Angelrolle, die 30er Angelrolle, die so bei 3,5 ungefähr lag. Die kann ich mir schon leisten. Die Karpfenrolle und die Karpfenrute, die war ja auch 3,7 oder so. Sehr gut, ey. Sehr gut. Das werde ich hier noch ein bisschen weitermachen. Und wenn du noch einen anderen Spot kennst für Giebel oder für Karauschen, schreib die mal unten in die Kommentare rein. Weil auch im loweren Level Bereich ist das ja durchaus eine Option, damit mal ein bisschen Kohle zu machen, weil es einfach so entspannt ist. Der Köder ist billig. Man kann es locker rein und rausziehen, den Fisch. Und vielleicht sogar auf der Stippe rausziehen. Easy. Ganz entspannt. Und echt effektiv. Die Kohle unnormal gut. Daumen da lassen. Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal.